In unserer Videoreihe »Wie einfach ist das denn?« zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Ihrem Autodesk-Produkt und mithilfe der Autodesk Cloud noch effektiver arbeiten können. In diesem Film sehen Sie, wie Sie mithilfe von Autodesk Gravit Live Ihre in Autodesk Gravit erstellten Architekturmodelle einfach und schnell visualisieren können und damit einen hervorragenden Eindruck Ihrer Modelle erhalten. Im Bild sehen Sie unser Architekturmodell in Autodesk Gravit. Wir sehen die bereits erstellten 3D-Kameraansichten des Revit-Modells. Wir melden uns mit unserer Autodesk ID am Autodesk Cloud Service A360 an. Unser Modell wird in die Autodesk Cloud geladen, verarbeitet und als interaktives Modell im Autodesk Live Editor angezeigt. Im Revit Live Editor haben wir verschiedene Möglichkeiten. So können wir zum Beispiel auf unserer in Revit gespeicherten 3D-Ansichten zugreifen. Einstellungen wie das Blickfeld und die Höhe von Autodesk Cloud zeigen uns unser Architekturmodell aus verschiedenen Perspektiven. In unserem Beispiel sehen wir das Esszimmer aus verschiedenen Höhen, so wie es Personen verschiedener Größen wie Kinder oder auch Menschen mit Behinderung aus der Sicht des Rollstuhls sehen würden. Somit können schon im Vorfeld Hindernisse erkannt und beseitigt werden. Es stehen verschiedene Visualisierungsstile zur Verfügung und wir erhalten so verschiedene Eindrücke unseres Modells. Mit Hilfe von Navigationspunkten können wir uns im interaktiven Modell im Autodesk Live Editor bewegen und uns das Architekturmodell aus verschiedenen Perspektiven ansehen. So erhalten wir sehr schnell einen realistischen Eindruck unseres Architekturmodells. Unser Revit Live Modell können wir lokal speichern und anderen zum Beispiel per Autodesk Cloud A360 zur Verfügung stellen. Die Empfänger verwenden den kostenfreien Revit Live Viewer und sehen sich so unser interaktives Modell an. Im Revit Live Viewer können Sie sehr einfach navigieren und sich das in Revit erstellte Architekturmodell ansehen. Das Verwenden von Navigationspunkten, das Berechnen der Sonnenstellung und die Schattenwurfsimulation sowie eine Übergabe an Virtual Reality gibt dem Anwender sehr schnell und einfach einen guten Eindruck vom Architekturmodell. So einfach ist es, sich mit Hilfe von Autodesk Revit Live einen realistischen Eindruck Ihres Architekturmodells zu erhalten. Hier